So, die andere Folge war jetzt ein bisschen zu kurz, aber jetzt geht es natürlich gleich weiter. Hab ich nicht gesehen. Machen wir es nochmal. Gut. Und jump. Natürlich ist sich das jetzt wieder nicht ausgegangen, also machen wir es noch einmal. Alle guten Dinge sind drei. Ich bin auf meinem Weg runter. Echt? Wie? 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 Das ist wohl mein Weg runter. So, jump rüber. Jump rüber. Und jetzt jump. Heute jump? Hallo. Hallo. Hast du das wirklich alles gemacht, Sam? Ich glaube kaum. Wahrscheinlich hätte er einen Druck den Weg genommen. Weniger schmerzhaften Weg hinunter. der wird natürlich einen anderen weg genommen haben was sonst falsche taste so da geht es ja nicht mehr weiter weil es hier drüben wahrscheinlich weiter geht ja 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 ich habe keinen blassen schimmer wie es weitergeht hier geht es nicht du hier unten geht es doch fertig das ist die letzte mal gut wenn wir uns beeilen wie die anderen noch sam hat sich gerade unser verdammtes boot geschnappt er will zu avery schiff kommt lassen wir sind fertig wir sind fertig die meisten meiner männer sind tot und wer noch lebt ist abgehauen siehst du das da das ende ist buchstäblich in sicht dein wahnsinniger pirat hat die gesamte höhle vermied ich setz keinen fuß auf sein schiff nadine wenn du hier und jetzt abhaust war der tod all deiner männer alles was wir getan haben umsonst wir haben hier gold im wert von millionen das und lebendig zu sein reicht mir kein wunder dass dir die männer abhauen wie bitte wir stehen kurz davor geschichte zu schreiben und du gibst dich mit einem almosen zufrieden einem bruchteil von dem was auf dem schiff erwartet wenn er es lebend von diesem schiff hinunterschaft kann er es haben dann hat er sich verdient ganz im gegensatz zu dir jetzt hört zu wir können den ganzen tag lang hier stehen und uns beleidigen oder wir beenden das was wir wir werden es beenden sorry man mit söldnern ist das so nadine ihre loyalität ist käuflich und nicht verdient und jetzt kommt entweder wir beenden das hier gemeinsam oder wir beenden es gleich hier lass uns geschichte schreiben braves mädchen nach dir Ja. Hallö. Hallö. Ich weiß nicht, ich muss unter diesem Dack weg. Das Problem ist, ich weiß nicht wohin. Das Ende eines Diebes. Scheiße. Jetzt komme ich besser rein natürlich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Das ist cool der Schatz, ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Sam! Wo ist Sam? Oh, er ist da. Sam? Entspann dich. Er lebt. Dieser Idiot hat uns fast alle umgebracht. Ich bring ihn jetzt hier raus. Nein. Tust du nicht. Dave, du kannst den Schatz haben, okay? Lass mich nur meinen Bruder retten. Nach allem, was er getan hat? Wie edelmütig. Aber nein. Wenn wir hier warten, sind wir alle tot. Willst du das? Hab ich nicht gesagt. Was meinst du, Nadine? Schön, dass es dir wieder gut geht. Bist du so nett und nimmst Nate die Waffe ab? Her damit. Glauben sie echt, sie können ihm trauen? Geht sie nichts an. Warum versuchst du sie aufzuhetzen? Nate? Nadine und ich sind Partner. Und meine Partner bescheiße ich nicht. Geh da rüber. Aber du und dein Bruder. Ihr habt meine Großzügigkeit von Anfang an ausgenutzt. Ihr wolltet mich ausboten. Und es wird Zeit für eine Lektion. Was machst du da? Jetzt gib du mir deine Waffe. Nadine? Ich sag's nicht nochmal. Du benimmst dich gerade unglaublich dämlich. Sieh mal da rüber. Nadine. Hör auf! Himmel! Ich sagte sie hin! Okay, da sind ein paar Skelette. Na und? Ich weiß nicht so viel über Geschichte wie ihr Jungs. Aber ich kann mir gut vorstellen, wer die beiden sind. Na dann klär uns auf. Das sind Avery und Two. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Schön für sie. Was sagt uns das? Jeder, der von diesem Schatz besessen ist, bekommt was er verdient. Was, sie lassen uns einfach zum sterben zurück? Ich lass euch nur zurück. Ob ihr sterbt oder nicht ist mir egal. Nadine! Warte. Leb wohl, Rafe. Nadine! Nadine! Mach sofort diese verdammte Tür auf! Rafe! Sie ist weg! Komm, hilf her! Dann kommen wir alle hier raus. Oh nein. Nein, daraus wird nichts. Komm! Hilf mir mit Sam, dann helfe ich dir bei der Tür. Nein, ich werde mich an keiner dieser Münzen erfreuen können. Solange ich weiß, dass du und dein nutzloser Bruder noch am Leben seid. Okay, komm. Komm wieder runter. Du kannst fechten üben, wenn wir wieder draußen sind. Nate! Halt die Klappe! Im Ernst, Drake. Das ist Irrsinn sogar für dich. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Ruf-Al-Kali-Wüste. Komm schon. Wir können zusammen hier raus. Nathan Drake fand das sagen und wohnende Eldorado. Komm schon, Drake. Hör auf! Nathan Drake ist eine Legende. Ich habe den Mann erschossen, der mir das gesagt hat. Drake, komm schon. Ich verstehe, dass du mich nicht besonders magst, aber du... Trotz deiner Großartigkeit, Nate, hast du nichts. Du bist nichts. Ich hatte dich gewarnt, mir aus dem Weg zu gehen. Ich habe alles geopfert, um Avery zu finden und das lasse ich mir nicht von zwei miesen Dieben, einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin wegnehmen. Wenn dir dieser Haufen Verlierer so viel bedeutet, werdet ihr bald wieder vereint sein. Ich habe mich sehr gut gemacht. Du hast nicht gewarnt. Du haste. Du haste. Was hast du lachen? Komm schon, Ned! Scheiße! Du hast dich geschritten, Ned! Was? Ja, es ist einfach das Ding! Ein Stimme! Jetzt kommen wir zu, Ned! Ja, ich bin. Das war's für heute. Das könnte etwas nicht tun. Komm schon, Legende. Das könnte etwas nicht tun. Das könnte etwas nicht tun. Das ist der nächste Weg, von dem man so viel hört. Ist ja gut, ist ja gut. Wir sind ja fertig. Ich hol jetzt meinen Bruder an, dann gehen wir. Wenn du bleiben und mit dem Chef verbrennen willst, gerne. Du hast mich. Weißt du was, Nate? Hinter all dieser Angeberei steckt nur ein trauriger kleiner Junge mit ernsthaften Größenwahn. Und der kann nicht mal ordentlich fechten. Mach's gut, Nathan. Nathan! Du weißt einfach nicht, wenn man aufgibt. Das ist gut! Ich will nichts schenken. Ich habe schon immer alles auf einem. Verdammt die Silbertabletten serviert. Alles! Rissort! Da! Das habe ich mir verdient. Das alles. Du willst den Schatz, Rave? Er gehört dir. Heilige Scheiße. Hey, komm, komm, schaff mir dich hier raus. Hey! Ich versuch's! Es ist zu schwer. Versuch's nochmal. Es ist zwecklos. Versuch's! Es ist zwecklos. Komm, verdammt! Komm, verdammt! Hör mir zu! Hör mir zu! Alles, was ich hier wollte, war mit dir diesen Schatz zu finden. Hey, Sander, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, Brüderchen. Okay? Alles ist gut. Es muss einen Weg geben. Nathan, du musst hier weg. Das muss ich sagen. Du musst hier weg! Komm schon, Nathan, ich muss wissen, dass du's geschafft hast. Nathan, der ganze Land fliegt gleich in die Luft. Was ist denn? Was ist es? Was machst du? Vertrau mir. Du bist absolut verrückt, Maa, sagt der Richtige. Das ist unser Haus, Gerdes! Na, weiter! Weg weiter! Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass das das Ende sein wird. Deswegen spreche ich jetzt nicht mehr so viel. Ach, du Scheiße! Oh, Nate! Nate! Hey! Komm, komm! Bist du okay? Hey! Hey, Sully, ich hab sie! Wo seid ihr? Gleich hier! Ja! 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 Untertitelung. BR 2018 Und, hast du alles? Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Soll ich euch wirklich mich heimbringen? Nach den letzten Tagen ziehe ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequemem Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr. Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen ein letztes Mal. Geht klar. Danke, Sally. Alles Gute, Junge. Lass von dir hören. Wenn du wieder in der Stadt bist, gebe ich einen aus. Da werde ich dran erinnern. Dann haut der Hase einfach ab. Und Dieter lässt kleine Hasenüberraschungen überall auf dem Bett des Direktors eine ganze Zeit. Hey, hey, hey. Was erzählst du ihr? Er erzählt mir von deiner Magiephase. Oh, ich hasse dich. Wie war dein Künstlername? Los, sag's ihr. Der große Nate. Das ist nicht witzig. Der Name ist toll. Zu seiner Verteidigung, er war. Du warst ziemlich gut. Aha. Hör zu, Sam. Es war... ...interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Also... Wir machen das wie gute Freunde. Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? Ja, mach ich. Ich komme gleich nach. Ja. Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht noch. Das ist nett, aber nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last, das bist du nicht. Darum geht's nicht. Also ein bisschen schon, aber... Ich dachte nur, nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich zufrieden. Stattdessen habe ich irgendwie dieses Gefühl von... Leere. Ja. Egal wie aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende verstehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Aber manchmal muss man entscheiden, was man behält und was man loslässt. Tja. Ich schätze, da bin ich noch nicht. Außerdem hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Gut, danke. Oh, äh, unser Taxi ist da. Ja, äh, wir haben's weit gebracht. Haben wir, kleiner Bruder. Komm her. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Hau schon ab. Zieh Leine. Hast du Feuer? Ja. Und? Vector? Was steht jetzt an? Also, bevor ich hier reingezogen wurde, hab ich an einer Art, äh, Geschäft gearbeitet. Geschäft? Hm. Gefährlich? Äh, mit den Leuten ja. Könnte sein. Also, ich kenn da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Oh, ich weiß nicht. Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Keiner Portugiesisch? Quando seu marido voltar para casa? Was heißt das? Wann kommt dein Mann nach Hause? Das genickt. Na los. Hast du noch mehr von den Zigarren? Übertreib's nicht. Hey, guten Morgen. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Okay, ich spiel mit. Was ist los? Einen großen Job an Land gezogen? Oh, sogar noch besser. Ich bin kurz davor, Jameson Marine zu verkaufen. Echt jetzt? Ja. Wow, da... Tja, hey, ich schätze, da sind Glückwünsche angebracht, oder? Oh, noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Die haben hart verhandelt. Aber am Schluss konnten wir beide Seiten zufriedenstellen. Na, das... Das ist toll. Ja. Bleibst du weiter dabei? Nein, 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 nein. Ich glaube, ich brauch mal Ruhe. Zeit für die Familie. Und ich will mal wieder fischen gehen. Freut mich. Und wer ist der Trottel, der den Laden kauft? Oh, äh, du. Was? Komm schon, ernsthaft. Doch, ernsthaft. Warte, Jameson? Hey, warte mal, Mann. Hey. Morgen, Jungs. Was machst du denn hier? Ich wollte mich nur ein... letztes Mal umsehen. Die Schlüssel hat jemand schon. Okay. Perfekt. Ernst? Nate. Okay, ich sag dir was. Das wäre eine sehr kluge Investition. Du das Richtige. Rufen Sie mich an? Wird gemacht. Hi. Hi. Du... Du kaufst Jameson Marine? Wir kaufen Jameson Marine. Oh. Okay. Wie? Wieso? Tja. Es gibt da Gerüchte über einen Bergungsjob vor der Küste von Malaysia und ich dachte, das wäre genau unser Ding. Oh, nein, nein. Schatz, hör zu. Wir sind nur um ein Haar aus Libertalia entkommen. Ja. Hey, einen illegalen Job annehmen? Du weißt, wohin das führt. Wer sagt denn was von illegal? Hier. Das kam heute Morgen. Ist das echt? Ja. Ein paar meiner alten Kontakte haben das mit der malaysischen Genehmigungsbehörde geregelt. Es war toll. Ich musste nicht mal jemanden bestechen. Na, das ist gut, denn ich habe keinen Schimmer, wie wir uns das überhaupt leisten könnten. Hier. Halt mal die Hand auf. Hä? Halt mal die Hand auf. Mach schon. Heilige Scheiße. Wo hast du die her? Die war in meiner Jackentasche. Zusammen mit ein paar anderen. Ein paar? Sam. Er ist ganz schön raffiniert. Ja. Natürlich werden die meisten davon für unser Geschäft hier drauf gehen. Und für die neue Kameraausrüstung. Kamera? Hä? Ja. Weißt du, ich dachte, wenn wir die Fracht aus dem Brack bergen, könnten wir doch ein kleines Team anheuern, die ganze Sache filmen und meine alte Show wieder aufnehmen. Was ist denn aus unserem einfachen Leben geworden? Ich glaube, beim Versuch, ein einfaches Leben zu führen, haben wir es vielleicht übertrieben. Hör mal. Damals auf dieser Insel habe ich das Abenteuer vermisst. Ich habe uns vermisst. Und jetzt haben wir die Chance zu tun, was wir lieben. Aber von jetzt an läuft alles nur noch hundertprozentig legal. Okay? Und schießen werde nur noch ich. Mit meiner superteuren Kamera. Wow. Du hast das wirklich genau durchdacht. Mehr oder weniger. Aber hör zu. Ein Wort von dir und ich blase die ganze Sache ab. Was? Nein, 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 nein. Ich will Jamison nicht den vorzeitigen Ruhestand versauen. Das wäre grausam. Genau. Das wird nicht einfach. Das ist es doch nie. Also. Was sagst du, Nathan Drake? Klar, wieso nicht? Solange ich kein Papierkram mehr erledigen muss. Na, ich kann es auch nicht. Ich werde voll auf mit der Kamera beschäftigt sein. Na, und ich voll auf mit dem Tauchen. Okay. Schön, wir wechseln uns ab. Ja. Oder wir könnten darum spielen. Echt jetzt? Nein, hör zu. Ich habe geübt. Ich bin echt gut. Meine Augenkoordination ist viel besser. Ich könnte. Echt. Ich kann dir das nicht nochmal antun. Hast du etwa Angst? Da legst du ja sowas vorgeheben. Auf der Skala von 1 bis 10. Wie viel Angst hast du? Ungefähr drei. Ja, übersetzt heißt das so ungefähr elf. Elf. Okay, Nathan. Ich krieg dich. Ach ja? Ja. Oh je. Das. Okay. Schön. Bin dabei. Bin dabei. Bin dabei. Ich krieg dich. Aber. Ich krieg dich. Wo, gì? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Anscheinend dürfen wir nochmal spielen. Dann werde ich das in den letzten Part einteilen. Epilog. Na gut. Bis gleich.